Was ist der beste Film, den du gedreht hast? Komm, ein Titel, ein Titel. Dein Lieblingsfilm von dir selber. Zeig uns mal, was da drin ist. Gar nicht so schlimm. Dass ich dadurch ausgeglichener bin, mir mittlerweile Spaß macht und damit ich pressen kann. Du bist ja auf dem Weg dabei zu Influenzen, Fitness-Influenzen. O-O-A-O-I-L-O-O-H-E Meega! Alter!